So, Rainer Schwarz, wir sind hier bei Rix Motorcycles. Rainer Schwarz, du Deutschlands bester, größter, längst ewiger Stuntfahrer, offizieller Harley-Davidson-Stuntfahrer, du hast einen Entschluss getroffen. Und? Du willst aufhören, hast du gesagt, ne? Ja, nach 20 Jahren Entschluss. 20 Jahre Ära. Ich glaube, ich kenne dich seit 2004 oder 2005, da habe ich deine ersten Shows gesehen und da war die Harley-Gemeinde ja auch noch viel kleiner, privater und das wuchs ja jetzt auch mit den Medien nachher immer mehr, immer, du wurdest auch viel populärer, ne? Aber trotzdem, du hast ja neben diesem Stuntfahren ja auch ein ganz normales Leben, sag ich mal. Du bist, glaube ich, Landwirt, ne? In Bayern. Ja, ist korrekt. Unter der Woche bin ich Landwirt und am Wochenende ist Stuntfahrer. Ja. Und wir können ja mal, ich meine, das wird ja wieder sicherlich eins deiner letzten Interviews sein, sag ich mal, was wir jetzt hier so machen, wir können ja ruhig mal ganz weit vorne anfangen, ne? Wo hast du denn mit den ganzen Sachen überhaupt mal angefangen? Also angefangen hat es immer Moped fahren, bin halt immer schwarz gefahren, so wie ich heiße, Mofa, Moped, egal, alles hat der Rad gefahren und immer das Rad hat hinten immer durchdrehen müssen. Und so war eigentlich der Anfang, wollte ich das aber nie werden, ich wollte nicht Stuntfahrer werden, das war kein Ziel von mir, das hat sich einfach so ergeben. Ja, und ich glaube der Einstieg über Buell, ne? Der Einstieg war 1999, ja, über Manfred Mentele damals. Ja, cool. Da bin ich zu Buell gekommen und ja, dann nahm es seinen Lauf. Ja. Und wie bist du dann von Buell dann rüber zu Harley gekommen, denn so als offizieller, du bist ja als offizieller Stuntfahrer von Harley gehandelt, ne? Das ist ja so. Ja. Ja. Du wirst ja auch unterstützt. Ja, bei Buell war das am Anfang relativ viel gepostet und ja, wenn du Buell fährst, war es noch irgendwann an der Hand durch einen Konzern, dass es dann irgendwann klar war, dass ich dann auch Harley fahre. Ja. War auch dann ein Wunsch von mir, ich will einfach auch gerade die schweren Motorräder, das ist was, wo mir liegt, da habe ich immer Spaß daran gehabt, das haben wir eigentlich die schweren Motorräder. Ja, so wie hier auf einem Rad damit durch die Gegend fahren, da bist du, glaube ich, auch einer der Ersten gewesen, der das Ding hier hochgerissen hat und unterwegs war, ne? Auf den großen Stuntshows, Hamburg Harley Days und du bist da eigentlich auch überall schon gewesen, ne? Also in Europa doch sowieso, ne? Ja. Also war eine voll geile Zeit, ne? Und klar, jetzt da haben wir die Street Glide, aber gerade die E-Gleid mit der Flammenlake und das war eigentlich so meine Markenzeit. Die war eigentlich eine Kraft auf der ganzen Welt. Ja, auf jeden Fall, ne? Und du blickst auch auf eine super Karriere zurück, ne? Ne, es war ein Braum, es war ein Braum. Hast du was Tolles erlebt? Ja, ich habe so viel erlebt und da werde ich jetzt hier ins ganze Leben lang, solange ich noch lebe. Ja, aber was ich jetzt nicht so richtig verstanden habe, so wie jetzt bei Rix, der hat dich ja hier eingeladen für zu seinen Harley Days, die er hier so in seinem Rahmen macht. Du gehst ja so ohne Pauken und Trompeten einfach so mal eben in Ruhestand, ne? Normalerweise, da hätte man ja nochmal richtig eine Show, eine Extra-Show draus machen können. Ja, aber ich bin nicht der Typ dazu, dass ich da jetzt noch was weiß ich da noch mal aufmarsch. Ne, bist du nicht? Ne, ich bin nicht der Typ und das war eine tolle Zeit. Ja, aber du hast viele Fans. Du hast eine riesen Fanbase und das sehe ich auch, wenn ich irgendwas von dir hochlade oder so, oder was man auch woanders sieht, wenn die Leute, du siehst das ja auch, wenn du irgendwo auf den Veranstaltungen bist und das Wetter spielt einigermaßen mit und so weiter, dass du überhaupt fahren kannst. Die Leute, die Massen, die stehen an den Gittern und winken dir zu, die jubeln und geht voll ab. Ja, ich denke auch, ich kann mich mal bedanken für die ganzen Fans, für den ganzen Applaus. Es waren jetzt extrem die letzten Events, die ich gemacht habe, die Resonanz und da mit dem Aufwählen und so, war brutal, war eigentlich schon überwältigend. Hätte ich nicht gedacht, dass es so eine Resonanz gibt. Ja klar, die Leute kommen glaube ich auf dich zu, bedanken sich bei dir. Ja, die bedanken sich bei mir für die tollen Chancen. Das ist schon... Ja, du bist ja auch so ein bisschen einzigartig, würde ich sagen. Also hier so in diesem... Es gibt zwar auch viele junge andere, aber keiner macht das so wie du. Das ist... Ne, das war auch immer... Ich habe eigentlich einen eigenen Stil. Genau. Und die habe ich nie umstellen müssen. Und ich fahre so wie ich bin. Und das war halt immer Vollgas und das ist eigentlich meine Welt. Und ich habe das zum Glück dann immer durchziehen können. Und die Leute hat es auch gefallen und es ist immer gut angekommen. Und darum habe ich da immer wahnsinnig viel Spaß gehabt. Weil ich habe nicht irgendwas machen müssen, wo ich nicht wollte. Sondern ich bin immer so gefahren, so wie ich wollte und so wie ich bin. Und so ist das auch immer gut gelaufen, würde ich sagen. Deswegen hast du wahrscheinlich auch so viele treue Fans. Und also ich bin dankbar, dass du mir hier nochmal so ein kurzes Statement gegeben hast. Und eine Show machst du noch, wenn das Wetter mitspielt? Ja, das kriegen wir nach hinten vor dem Regen. Ja. Gut. Denn ich wünsche dir alles Gute in Zukunft als Landwirt. Aber wir werden dich ja bestimmt nochmal so irgendwo sehen. Ja klar. Okay Rainer. Ich wünsche dir alles Gute. Und ich sage mal für die Fans, die du alle hast, einfach mal danke. Und du weißt, das Leben geht ja auch immer so weiter irgendwie. Ja. Okay. Vielen Dank. Danke auch. Danke. 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 Hey! 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 Wuhu! Wuhuuu! Markus Henker und Herr Schwarz! Heiner, vielen Dank für euch! Wie immer in unseren Herzen bleiben! Heiner Schwarz! Hey, das geht noch! Wuhuuu! Wuhuuu! Wer noch Autogramm haben möchte mit Foto und Widmung, jetzt könnt ihr zu ihm. Jetzt fällt ein bisschen Last von ihm ab. Jetzt ist auch der Hartzweitspar. Kommt rein! Die zwei geben noch ein paar Autogramme. Wir machen uns dann bei der Hj-Tour-Geschichte so langsam fertig, dass wir dann im Anschluss, wenn der Heiner seine Autogramme gegeben hat, die Zeit weg, auf Tour gehen. Hj-Tour-Geschichte so langsam mit dem Hj-Tour-Geschichte so langsam Das ist ja auch der Streich. Aber jetzt ist es auch der Hj-Tour-Geschichte so langsam Aber wie gesagt, man soll aufhören, wenn er am schönsten ist. Du musst nicht die Schleugel kapotten. Das ist ein nackerein. 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 Das ist ein nackerein.